Ich höre dir mit ganzer Aufmerksamkeit zu und das ist etwas, was selten ist. Gerade Kinder und Jugendliche haben das nicht so oft. Ich höre dir zu und das, was du sagst, stimmt. Ich denke, Council ist ganz häufig ein ganz sicherer Container für ganz gefährliche Wahrheiten. Also gerade in Beziehungen, wenn wir Sachen aussprechen müssen, die uns ganz nahe gehen und wo wir genau merken, das hat jetzt richtig Sprengpotenzial. Vielen Dank.